Musik Als ich zum ersten Mal in Israel war, haben wir auch einen Ausflug in die Wüste gemacht. Und es hat mich echt sehr beeindruckt. Und diese Ödnis und dieses Gestein und dieses, wo nichts wächst, das war fast fühlbar in mir selbst. Überall, wo man hingeschaut hat, trocken, braun, heiß. Obwohl man uns erzählte, dass es auch, wenn es regnet, in der Wüste blüht, konnte ich mir das kaum vorstellen. Und genauso wie es im Natürlichen ist, ist es ja auch in unserem geistlichen Leben so. Und im geistlichen Leben sprechen wir ja auch von Wüstenzeiten. Wüstenzeiten kennen wir alle. Es sind die Zeiten, in denen wir merken, wie das Wachstum vielleicht in uns stagniert, wie Dinge nicht wirklich sich so gut entwickeln. Wir empfinden, dass nichts richtig aufwächst und wir weit entfernt zu sein scheinen von dem, was Frucht in unserem Leben bringen sollte. Und neulich sagte jemand zu mir, Oh, weißt du, meine Wüstenzeiten hören eigentlich gar nicht auf. Ich bin ständig in der Wüste. Und weißt du was? Eigentlich ist es ja so, dass ich in der Wüste dem Herrn am besten begegnen kann. Da kann ich am meisten auf ihn hören und da kann er am meisten zu mir sprechen. Und da habe ich darüber nachgedacht, ob das so sein sollte, ob das Gottes Wunsch und sein Wille für unser Leben ist. Und ich habe gelesen in 2. Mose 20, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Eigentlich war die Reise in der Wüste vom Volk Israel nicht Gottes Wunsch. Es war nicht sein Wille, dass sie in der Wüste bleiben sollten. Es war ihr Unglaube, ihr Murren, ihre Auflehnung und Rebellion, die sie in diese Lage versetzt haben. Und trotzdem mittendrin, das stimmt, Gottes Versorgung war da. Manna war da, Fleisch war da, ihre Füße schwollen nicht an und ihre Schuhe gingen in all den Jahren nicht kaputt. Das war Gottes Versorgung. Die Feuer- und Wolkensäule ständig, immer, Tag und Nacht bei ihnen. Und doch, die Verheißung war nicht die Wüste. Die Verheißung war das Land. Das Land, was Gott in Aussicht gestellt hatte, was er verheißen hatte, wo er sagte, das ist das, was ich möchte. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ihr sollt ein Land betreten, ihr sollt ein Land für euch in Besitz nehmen. Das war Gottes Ziel. Weißt du, Wüstenzeiten sind in unserem Leben. Das ist richtig. Das haben wir alle erlebt. Aber ein Siedeln in der Wüste, ein Bleiben in der Wüste, das ist nicht das, was Gott möchte. Du sollst nicht in der Wüste zelten, sondern du sollst eigentlich das verheißene Land in deinem Leben einnehmen. Du sollst nicht in der Wüste bleiben. Und deshalb ist es Gottes Wille, dass wir hindurchschreiten durch dieses Tal, durch diese Wüstenzeit, dass wir immer da dranbleiben zu sagen, Herr, du wirst mich herausbringen. Du wirst mein Leben an den Punkt bringen, wo du deine Berufung in meinem Leben wahrmachst. Du wirst mir mein verheißenes Land geben. Ich bewege mich straight away auf dieses Land hinzu. Ich bewege mich, dass ich über diese Grenze schreite und mein Land einnehme. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Du sollst in deine Berufung kommen. Du sollst dein Land einnehmen. Gott hat mehr für dich. Du sollst dein Land einnehmen.